so weit das ist die erste sich hier ist ich bin ich gucke gleich mit aber nicht GASP 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 Ich hab ein seltenes Shirt gekriegt Aber es ist selten sehr gut 24 Schaden GASP und das macht halt so ein projekt jeder schießt so ist er aufgehört zu regnen so ist jetzt eine wand hin damit die glättern und ein paar mongos punkten nein ein sie brauchen so und auf als ob es um zu laufen und aufpassen und vorsichtig man ist für mich z vor Ort zwei HP Prozent ich hätte die Hände nicht falsch hören dieser Dunkel ist ganz links was zählen Untertitelung. BR 2018 Fotz du alter Schnabel Eine Schrulle Fotz das alte Schnabeltier Guck mal wie ruhig der Neckelhörner geworden ist, als du wiederstest erwochen Was ist? Siehste? Ganz ruhig, sagt kein Wort mehr Oh, der Meteoritäter hat noch gelandet Mega Erregung Bei jeder Bewegung Hey, oh shit Stebleiben Stebleiben, vorsichtig Kasse punkten So, wir machen das ganz vorsichtig hier Ich kann das nicht abbauen Ich hab ne Goldbezicke Was denn das für Dinger, die hat angeflogen kommen? Die muss wegmachen Wie mit Kupfer-Thema oder was? Warte, 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 warte Ich geb dir die Bezicke und du meinst das, ich mach die haltet Was, was bringen die denn? So 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 brauchen wir Ne, ich bin ja nicht wie irgendwas anderem hier aber läuft Vorsicht da unten ist auch noch Meteorität hier Wenn du drauf gehst, verbrennt sie dich Oh, du brennst weg S Du musst aufpassen Wenn du jetzt stirbst gerne, deswegen Ist doch egal Gib das einfach mal hin dann, okay? Bei uns Weil das große glaube ich eh nicht Weiß brauche ich nicht Die, die Turin, ach, oh nein Klar, die Turin, Rüstung und so und so und so, klar Ja, die mach ich dann Will ich auch, ah, bin dort genau Oh Gott, man kann auch gegen die Sprünge verbrennt, au Ja Das bringe ich nur klein Oh, das ist mal wichtig, ich versuche nur mal hoch und hoch zu kriegen Wo? Tch, keine Ahnung Jetzt muss ich dann zurückkommen Dann muss ich hier noch ein Teleporter, warte Okay, kannst du kommen Na, ich guck grad noch ein Ich hab grad nur so random im Inventar gesehen Naja, weil wir nicht, ich hab zwei Weil so ohne Spitzhörer kann ich das nix machen Erhöht die Nachtsicht Der heißt Wurmloch-Potion Naja, so ein blauer ist das Ja, so ein blauer Ich würde sagen, wir haben keinen mehr Alles klar, dann bleibt da Ich hab dir doch noch eine Spitzhörer mitnehmen müssen Ja, ich verstehe einfach was mir gegeben hat Ich bin gar nicht wegen Methodik da gewesen Wegen was denn dann? Eine Stein zufarbene Höhle oder so Ach so Oh Wetzt die du mir sagen musst Ja, ich hab einige Steine hier verbraten Oh ne Scheiße, der andere ist nicht links, ich muss nach rechts Ich hab dir alles dann beim Spawn hingelegt, noch auf dem Boden Okay Danke Sieht krass aus Ich mach mehr ausrüsten, wenn ich das nehme Ist das wohnen gerecht? Weiß ich nicht 10 10 20 Achso, ja, ja Scheiße, ich hab nicht genug von der ganzen Rüstung Ist doch schon ein Laser ey Erstmal deins Was ist das? Äh, die Spitze, äh, die Waffe Oh Bitte Oh Willst du dich lieber haben? Ich hab kaum Mana Ich auch nicht Ich komm gleich zurück Nussst du erst die Verteidigung Ich kann gerade mal zwei Schüsse mitmachen, das ist ja weg Echt? Ja Ja Oh Okay, ich verspring gleich ein anderer Okay, ich verspring gleich ein anderer Weißt du meine Mama ist mir unglaublich wichtig Weißt du meine Mama ist mir unglaublich wichtig Ja Ich denke mal schon Das ist doch wunderbar Ich meine, mir ist klar nicht so wichtig wie ich dir bin, ne, aber trotzdem Ja Ja Die sich schon mal anfangen Ich finde irgendwie die Steinwände sind aus wie Totenschädel Vielleicht sind's auch Totenschädel Vielleicht sind's auch Totenschädel Kann man welches Halt spielen? Können wir heute machen Ne, ne, ich muss noch kurz im Ozean War das denn meine Welt oder deine Welt? Deine Ohje Ja, dann Ja, dann Ja gut, dann eine kurze mach ich Ja, aber wenn ich Speicher am Band mache, dann ist das so weh aus, ne? F*** Das ist nicht so foul, ey Aber zuvor das hat ja auch ein ähnliches Problem Ich hab mich ja nicht vorhin angeschrieben auf Handy Ich Ich Wirklich? Nein, ich hab deine Nummer nicht Klasse, meine Nummer Mhm Ich hab sie nicht gespeichert Zu dumm, dann speichern sie doch mal Ja, ich hab die Nachrichten gespeichert Schlechte Nachrichten, so leid Ich hab die unter Julian eingespeichert, nicht unter einer Beleidigung oder so Ich D- Du hast du mir gerade eigentlich die Militärkurs in Amerika Nein Ich hab sogar Ich schreib mit voll vielen Leuten in den letzten Tagen Aktiv mit Leuten, denen ich schreibe Und jetzt ziehe ich nicht mehr dazu, ne? Mit meiner Mutter Mit Fabi Und dann Zu-Cham Wirst du täglich eigentlich Mein Patrick schreib' ich immer, aber der antwortet nie Ja gut, nsd auch mal dazu Dann einer Vanessa Cindy Andy Äh, dein alter Kumpel Pascal Mhm Täglich Na, zwei, drei Tage hört man was Ach so, unglaublich nicht nur so ich habe so viel mit dem noch alte kollegen russen leute nicht richtig deutsch können ja der kini klas mein junger freund das cool was er ist cool was er angeklärt nein im langen aus lange Platz kann es nicht beim nächsten nein es ist das Wort muss ich nicht gleich da okay und immer anders das wusste ich es tut mir leid ich zum Letzten das nicht ganz verstanden ich habe keinen Bock über zwei beiden Seiten durch es verständlicherweise allerdings welches Buch als ich einfach jetzt noch was machen n der einen Katz auf einer Zeit dringend richtig hoch ist oder glaubst du ich werde es jetzt machen überstattet mir ins Mikrofon reingegangen du hast ich kann schon auch nicht hin also glaubt ich mach das mache ich nicht als auch gar nicht vorgehabt wenn die sowieso nicht gemacht wie schlecht du mich einfach kennst so ein arschloch bin ich nicht ja bin ich arschloch habe ihn habe ihn gerade nicht ja es meint speichern und bänden hat augen du wirst mich niemals schön wasser erfolge habe ich kann alle erfolge gucken hat er ich habe fast gar keine ich habe 1 2 3 4 und dann habe ich keine ahnung die stürmer zu folgen also ich habe alle außer 1 was hast du nicht 201 ques erledigen